Oh, ich muss jetzt den Dreck hier einsammeln. So, jetzt gehe ich erstmal wieder nach unten und in der Nacht jetzt crafte ich erstmal Bücherregale und all sowas und erstmal die Truhe hier hinten füllen. Okay, die ist voll. Dann gehe ich jetzt die Truhe füllen. Und hier ist ein Buch. Oh, Achievement. Librarian. Welcher ist denn das? Okay. Hm, anscheinend gehen die Achievements jetzt für jede Welt. Das heißt auch für meine gecheateten Sachen. Ich glaube, ich hole mir nochmal ein bisschen Glowstone. Wenn ich hier noch gelagert habe. Und schlage hier mal etwas rein. Ich bin wieder so dämlich. Jetzt habe ich wieder so viel Glowstone verloren. Ich weiß, dass man die einfach mit einem Schild abbauen, äh, mit einem Schwert abbauen kann. Aber darauf hatte ich jetzt irgendwie keine Lust. So, ich hoffe, ich kriege noch genügend Glowstone raus. Gut. 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 Das heißt also, ich werde gleich nochmal runter gehen in die Hölle. Und dafür nehme ich mit, ja, was nehme ich denn da mit? Gut. Ein Schwert, ein Bögen, ein Pfeil, ein Bögen, ein Pfeil, was zu essen, und das war es dann auch. Dann gehe ich einmal schlafen. Oh, halt. Ich muss noch ein bisschen Dirt mitnehmen. Damit ich mich auch irgendwo hochbauen kann. Falls mal wieder der Glowstone an der Decke hängt. Falls der Glowstone mal wieder Party an der Decke macht. Da Persönlichkeit nach dem. Wie finde ich den Lock and you600 Marz或? Wir emergenen den wieder. Was macht das so schwimmen? Oh, auf. Ja... Glowstone... Gut... Ich baue mich jetzt einfach mal hier durch den Berg durch... ...und gucke mal, wo ich da hinkomme. Hm... Hab ich eigentlich noch den... ...wann kein Termini-Items dran... ...gut. Das ist so einsam. Ich bräuchte echt ein bisschen Musik. Ich gucke mal, ob ich selbst noch ein bisschen Musik einspiele. Und natürlich ist da die Spitzhacke kaputt. Und das heißt, wir nach oben... ...aber vorher ärgern wir, glaube ich, noch mal ein paar Schreime-Zombies. ... 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 zu essen ich bring das Zeugs mal weg ich hab auch nur noch zwei Eisen das ist ein bisschen dumm gelaufen Spitzhacken die adaptiert mal in irgendeine Richtung ich hab da hin schickes Bion gesehen und auf Sonnen was Omel so ein stylisches Bild so ein Teil Glasturm der anzeigt dass da irgendwo in Minengang sein soll Oh, eine Kuh Oh Hui Und ein Änderchen, man Ach ja, der teleportiert sich ja weg Naja, wurde ja hell Wäre eh gleich weg gewesen Das ist echt eine verdammt schlechte Idee, sich mit den Viechern einfach so anzulegen Wo ist er hin? Ich würde sagen, er hat sich wegteleportiert Und wird irgendwann nochmal angreifen Da hinten ist er doch Hat wieder die Flucht ergriffen, das feige Änderchenvieh Wo ist er hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin?